Nach einem Jahr Dreh-, Schnitt- und Textarbeit mit über 1000 Arbeitsstunden ist sie nun endlich fertiggestellt. Die Doppel-DVD Schopfheim lebens- und liebenswert. Der Hauptfilm beschäftigt sich mit Schopfheim und seinen Ortsteilen und präsentiert diese von ihrer schönsten Seite. Während das Kalenderblatt vielen der Veranstaltungen, die über das Jahr hinweg in Schopfheim stattfinden, gewidmet ist. Zweieinhalb Stunden Schopfheim pur und Sie können die Ersten sein, die diesen Film zu sehen bekommen. Premiere ist am 3. Dezember um 19.30 Uhr in der Stadthalle Schopfheim. Stoßen Sie mit uns an auf den Film. Jeder unserer Gäste erhält von der Haltinger Winzergenossenschaft ein Glas Premieren-Sekt gratis. Am besten sichern Sie sich noch heute Karten für die Premiere. Vorverkaufsstellen sind die Geschäftsstelle des Markgräfler Tagplatz, der Pipe Corner in Schopfheim und die Case-Kurie in Gersbach. Im Vorverkauf erhalten Sie die Eintrittskarte für nur 4 Euro und in der Geschäftsstelle des Markgräfler Tagplatz mit Abo-Card sogar für nur 3 Euro. Und Kurzentschlossene bekommen die Karte an der Abendkasse für 6 Euro. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, in einem feierlichen Rahmen Schopfheim ganz neu zu erleben. Wir nehmen Sie gerne mit auf eine Entdeckungsreise in diese liebenswerte, überraschende Stadt. Lassen Sie sich Ihre Geschichte und Ihre Geschichten erzählen. Lernen Sie interessante Orte und Menschen kennen. Wir freuen uns auf Sie!